Hier ist der Baum, von dem Hirokin sprach. Schwer gezeichnet von Jamm und Gans scharfen Schuppen. Ich sollte nach dem fehlenden Kessel suchen. Was siehst du da oben, Sönin? Sönin? Spähe für mich in die Ferne, Sönin. Hier traf Stahl auf Fleisch, doch Jettner hinterlassen keine Leichen. Wenn sie sterben, zerfallen sie wieder zu der Erde, aus der sie kamen. Dieser Wagen trägt das Zeichen Ägiers. Hier wurde gegraben, um ein Wagenrad brechen zu lassen. Ein Hinterhalt. Die Schleifspur von etwas sehr Großem. Sofern es Ägiers Kessel war, den sie hier durchschleppen, muss er wahrlich groß sein. Los, Sönin. Hier rufigischen Wagen aus der hela schw piggygeist. Sofern ist hier eine Gegend star合atanische Wagen und entspannen sich, die Sonnen rufigartige Gebulle. Hier rufigiale Bl ecology, nya rufigare Geblledig spe abductstellungen ر Wagen Rufigartige Beifiable. Das war jetzt einer Rufigartige Gebälle, ph켜an polygonกAnseitis zu lösen. Der Pfad der Zerstörung führt zu dieser riesigen Wurzel. Sie schlachteten ein Tier wegen seiner Innereien und verwendeten sie in einem Ritual. Vermutlich wollten sie ihre Beute mit Magie verstecken. Der Handschuh des großen Jütons Krömeer muss schon lange hier liegen. Vielleicht brachten die Diebe ihre Last hinein. Hm, ich fühle mich schon stärker. Überall weiches Moos. Schwer vorstellbar, dass das auf eine Hand gepasst hat. Dieser Ort wird gut bewacht. Der gestohlene Kessel. Nur wie bekamen sie ihn in diese Höhle? Das war vorher nicht da. In diesem Reich der Trugbilder, was man nie was echt ist. Das war's. 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 Jonheim ist nicht alles so, wie es scheint. Der Kessel ist kleiner geworden. So langsam verstehe ich diese Druckbilder. Der Kessel ist wieder responsabiles. Ich bin der Kessel. Ich bin der Kessel. Der Kessel ist wieder wichtig. Das war's. Das war's. Ich hab's zu Hause. Dieser Kessel sollte reichen, um Suttungsgunst zu gewinnen. Ich könnte jetzt nach Utgard gehen, doch mit einem Geschenk für Gundlöd käme ich leichter an dem Weed. Sie für mich sühnen. Hier stand einst Trimps Haus vor der Zerstörung an. Ich bin ein Schwer, das ist ein Schwer. Ich bin ein Schwer, das ist ein Schwer. Ich bin ein Schwer. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist der Sound! Stört wenigstens gut! Hier stand ein! Stört wenigstens gut! Wir sind einst Trumps Haus, bevor es der Zerstörung anheimfiel. Die Kälte lässt einem den Atem im Bleib gefrieren. Loki erzählt oft davon, wie trümmt Thors Hammerstahl. Es scheint, seine Beschreibung von Thors Wutanfall war nicht übertrieben. Untertitelung des ZDF, 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 Untertitelung des ZDF,